Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hofbergmann Reloaded mit dem Simon. Einer. So, Simon, hast du gefunden, was du gesucht hast? Container habe ich gefunden, aber kein IT-Runner. IT-Runner müsste eigentlich im Unterstand stehen. Glaube ich. Kann mich aber auch... Warte mal, einer ist unterwegs. Weiß ich nicht, wo der zweite ist. Ich habe auf der Fälle zwei IT-Runner gehabt. Ach doch, Quatsch. Der zweite steht oben beim großen Güllebecken, weil da habe ich gerade umgepumpt. Genau, da steht einer. Na gut. Und einer steht beim Wasserwerk. Da ist der Fan vor, weil da ist Gülle drin für das Wasserwerk. Aber das hat geschlossen. Aber das ändert sich morgen. Ähm... Diese kleinen, diese kleinen, ich weiß nicht, diese Schütten, sind die auch Radlader-kompatibel? Musst du umkonfigurieren, aber ja. Glaube ich schon. Genau, die Transportmulden. Die müssen noch eigentlich auf dem Radlader drauf passen. Natürlich. Normalerweise. Also, ich denke jetzt mal schon, ja. Ähm... Bei mir wirst du zweimal angezeigt. Einmal den Radlader und einmal den nur noch irgendwas anderem. Cool, jetzt sind wir schon zu dritt. Nice. Ich glaube, das ist auch so eine typische LS-Krankheit. Was denn? Entweder wird man doppelt und dreifach angezeigt, oder man wird doppelt angezeigt, obwohl man gar nicht mehr auf dem Server ist. Ja. Nee, das Problem ist tatsächlich, glaube ich, auch, dass, ähm, du einfach mit dem Tappen, dass das Spiel nicht hinterherkommt, weißt du, mit dem Anzeigen. Weil wir spielen ja immer noch auf dem, äh, Localhost, ne? Darf man auch nicht vergessen. Da hoffe ich ja, dass bei LS19 das sich auch stark verbessert. Das hoffe ich auch. So, das funktioniert schon. So, dann gehen wir mal Silage holen. So, ich hab keine Gülle mehr. Oder vielleicht könnte ich mir oben was holen. Warte mal, das wäre vielleicht gar keine doofe Idee. Hast du das zurückgesetzt? Was denn? Den Stern? Nein. Okay. Wieso? Sieht zurückgesetzt aus. Nee, das steht direkt auf den Rücksetzpunkt. Ich hab, ich hab nur den, den Paktor auf den Hof gestellt. Ah, okay. Dann bist du genau auf den Rücksetzpunkt reingefahren. Was nicht tragisch ist. Sieht nur komisch aus. So, funktioniert das, was ich jetzt verhalte. So, das funktioniert. Warte mal, ich könnte doch jetzt eigentlich auch hier die Gülle mitnehmen. Oder haben wir die schon mitgenommen? Ich weiß es doch nicht mehr. Ich weiß es doch nicht mehr. Meinst du im Dorf? Nee, im Dorf hab ich sauber gemacht. Das weiß ich. Aber ich wollte jetzt grad noch am... ...am Hof abpumpen. Jetzt pumpt er irgendwas ab. Was fährt denn? Ah, du fährst. Ich bin es nicht gewohnt, dass er noch jemand rumfährt. Ehrlich nicht. Ein geistbewegt, ein Psycho. Kann ich das hier so abkippen? Oh, jetzt wird es aber spannend, weil die Freiheit... Die Freiheit, die Dachfreiheit ist nicht die beste hier. Jetzt gibt es gleich ein Malheur. Ich weiß jetzt schon. Sag schon mal auf Wiedersehen. Nee, wir sind noch zu früh. Ah, geht. Oder? Na, well nicht. Du musst es vielleicht ein Stück vorneigen noch. Das ist ganz wichtig bei der Silage. Vorneigen. Ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Sieht ein bisschen krank aus, aber... Sag mal, wird es jetzt wieder hell? Es ist halb acht abends. Schöner Sonnenuntergang. Ja. Vollmond wahrscheinlich. Oh, gut ist da hin. Also, wie gesagt, für morgen packt man das ganze Ding hier auf den Server. Wir werden morgen noch ein, zwei Leute mehr mithaben. Bestimmt einen mehr auf alle Fälle. Und dann geht es ans Häckseln. Stellen wir den ganzen Buch mal auf den Kopf. Dann wird alles hier erstmal rausgeräumt. Gucken, was wir noch brauchen. Wird erstmal verkauft, was wir nicht mehr brauchen. Wir haben in neue Geräte investiert. Ich freue mich drauf. Das wird schön. Dann musst du dich an noch mehr Geister gewöhnen. Nö. Das schaffe ich schon irgendwie. Bin ja wirklich froh, dass... Ich möchte nicht sagen, dass endlich eine Hilfe da ist, weil ich hätte ja schon früher fragen können, wenn ich so das... Ne, wenn ich es gewollt hätte. Aber ich glaube, speziell auf der Hof Bergmann ist es doch von Vorteil, mit mehreren Leuten zu spielen. Weil man hat auch gesehen, mit CP zu spielen funktioniert zwar, aber alleine wie du bist, bis der CP-Helfer eingestellt ist, dauert es ja schon Ewigkeiten. Ja. Irgendwann, wenn man halt da die nächste Woche halt wieder aufnimmt, muss man das ganze CP-Gedün erstmal wieder ganz laufen können. Ja, das ist das Problem. Das war damals so. Weißt du noch, im LS15 haben der Leo und ich auf der Micmap diese Challenge gemacht, ne? Da hatten wir, glaube ich, 20 Minuten vorher... Ne, 20 Minuten ist zu viel. Aber sicher 15 Minuten vorher anfangen müssen, vor der Aufnahme, die CP-Fahrer wieder einzustellen. Ja. Das war krass. So, hier haben wir noch einiges in Güller. Das habe ich gar nicht mitbekommen. So. Gehen wir mal da drüben. Wen würdest du noch vorschlagen? Wen können wir noch fragen, ob er mitmachen möchte. Oh. Maschierer könnte man noch fragen. Maschierer habe ich auch im Kopf. Ja, Maschierer. Oder eventuell Paul. Paul wäre auch eine gute Idee, hast du recht. Ja. Derjenige, der... Also, es ist wirklich extrem, wie er die Excel-Tabelle mit den ganzen Mods aufgebaut hat, dass er schon... Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Ich habe auch gesagt, Alter, Hut ab, ne? War Wahnsinn. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Alter, wenn man den Link hat. Ja. Ja. Okay. Ich habe die Message verstanden. Ja, ja. Ich habe angefangen, dass ich mal schauen. Aber passt das? Passt das nicht? Ist es noch drauf? Ja, ungefähr. Das ist richtig. Jetzt muss ich mal was nachgucken. Haben wir Gänse? Sehe ich jetzt so nicht. Ich glaube nicht. Weil da, wo die Gänse sind... Alter, bei mir leckt es gerade wie Teufel. Äh, da laufen auf alle Fälle Tiere rum, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich welche mal gekauft hatte. Ah, lass mal die mal links liegen. Also Simon, ich habe jetzt tatsächlich einen vollen oder fast einen vollen Container voller Gülle, glaube ich. Ne, knappe 80 Prozent sind es. Reicht vielleicht für einen, maximal für anderthalb Felder. Ja, aber, ne? Haben oder nicht haben? Ja, muss man bei... Also es gibt einige Gülle-Packs, da wo halt mit realistischen Zahlen halt gearbeitet wird. Ja. Was den Gülleverbrauch anbelangt und da kommst du halt nicht weiter mit. Das ist richtig. Aber ganz im Ernst, ne? Wir haben auch einen Misstreuer hier mit dem IT-Aufsatz. Wir haben so viel Kalk am Lager. Kompost. Also, ja. Aber zum Düngen reicht es allemal. Aber wenn nicht, können wir immer noch Kunstdünger kaufen. Oder sogar selber herstellen, weil wir haben ja auch dieses... Dieses andere Set ist ja auch hier verbaut, dieses Nitrat-irgendwas-Mischen, weißt du? Das ist alles hier verbaut. Weißt du, wo ich das Mischfutter der Kühe einführen kann? Auch ganz normal über den Hauptträger? Das hoffe ich. Ja, es gibt nur einen Träger, glaube ich, bei den Kühen. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Das sehen wir schon, ne? Bin ich jetzt falsch gefahren? Jo, bin falsch gefahren. Morgen haben wir ein... Ich glaube, zwei Felder sind zum Häckseln. Die zwei und die 22, glaube ich, sind zum Häckseln. Oh. Ich schaue das hier an. Ich mache das hier an. Das mache ich schon in den Kühe-Zubringer hier, ey. Da ist die Tafel, genau. Ich habe das hier an. Ach gut, denn... Diesen Notiz-Mod muss ich auch mit rausnehmen. Der hat da rumgemeckert beim Multiplayer mit dem Notiz-Mod. Das ist unvorstellbar. Das wollte er nicht haben, du. Läuft nicht, sagst du? Ja, ein bisschen schwierig. Ich versuche gerade den Trigger zu finden. Ah ja. Mach mal wieder die Tür zu. Bleib mal ganz so stehen bitte. Okay. Ich glaube, du musst ein Stückchen hier reinfahren tatsächlich. Meinst du? Oder du musst den Boden, ich glaube, nee, du musst aber noch im, ja, es ist schwierig. Du musst aber, glaube ich, auch im Bodennähe sein. Irgendwas war da mal gewesen. Oder wir müssen wirklich noch einen kleineren Anhänger irgendwie zu uns mal kaufen. Ja. Mach dir noch ein Stückchen weiter runter, dass es wirklich fast am Boden schleift. Dann nochmal gerade drüber fahren. Da vorne hat er, die Bückchen hat er abgenommen. Okay. Ganz vorne. Ich mach das auch nochmal auf. Ja, du weißt halt nicht, ob das rausgefallen ist, ne? Ob es Zufall war oder... Ja, eben. Aber ich glaube, wir sollten uns... Ne, wir können uns auch einen Anhänger kaufen. Daran wird es nicht scheitern, Simon. Ja, bevor wir jetzt hier stundenlang mit Träger suchen. Das muss nicht sein. So, du bist voll, du bist voll. Sehr schön. Kann ich da eine Zapfwelle umschalten? Es gäbe ja auch früher auch im 15er, ne? Da kannst du die Zapfwelle und so weiter umschalten. Ah. Ja. Ja, ich kenne nur die animierte Zapfwelle. In der orangenen Mulde ist noch Silage drin, ne? Silage? Kein Kraftfutter? Nein, nein. In der roten ist Kraftfutter. Ich hab's auch ein bisschen auseinandergestellt. Ja, okay. Ja, sieht man ja. Wenn man es ankurbelt, dann sieht man es ja gleich normalerweise. Ja. Weil das halt nicht man suchen muss. Kühle-Separator ist leer. Sehr schön. Das heißt, wir können oben wieder Kühle abholen. Hast du eigentlich hier schon das dieses Ballen-Mod, also das Ballen-Lagerungs-Mod, die hast du draufgepackt? Der ist drauf, aber ich hab noch nichts verbaut. Weil ich weiß tatsächlich nicht, wohin. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist hinter dem Hof ist eine Wiese, dass man das da rein baut, weißt du? Aber da bin ich auch noch nicht ganz schlüssig. Aber da können wir uns auch gerne morgen noch mal drüber unterhalten. Das ist nämlich echt toll. Also ich hab mich schon ein paar Mal benutzt. Ich meine, da passen so um die 200 Ballen, glaube ich, rein. Ja, das ist schon geil, ne? Vor allem stabil rein. Nicht, dass du anstupst, ne? Und dann fällt das ganze Ding auseinander. Das ist ein stabiles Gebäude. Hm. Das sieht ordentlich aus. Hm. Was? So, ich mach jetzt grad die Bahn noch und dann sind wir sowieso schon wieder fertig. Gut. Aber liebe Leute, wir sind erst mal fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Morgen, Bergmann Freitag, sehen wir uns natürlich wieder. Bleiben wir natürlich aufrecht. Ist egal, ob Multiplayer oder Singleplayer. Und ja, gucken wir, wen wir noch auftreiben. Ich frag mal den Paul, ich frag mal den Marschierer. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der Viererbesetzung wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann.